und das Orangene dann Dein und dann Juuu Bäm Scheiße Gut, dann machen wir das halt anders So Blaue dahin Jetzt treffe ich das nicht Nein, nein, nein Wie zum Keier sollen wir denn dann da reinkommen? Wo sind wir? Oh, wir sind auch hier, das ist gut Gut Oh, Gott So Na Nochmal Boing Ja, nein Wie sind wir denn hier rausgekommen? Ach, müssen wir da oben raus? Das erklärt einiges Aber dann würden wir theoretisch nicht mehr zurückkommen Also jetzt so ganz theoretisch Pragmatisch gedacht Das blaue Kommen wir nicht mehr zurück Aber wir müssen zurück Also machen wir das so Hm Speicher mal auf den neuen Speicherplatz Dann probieren wir es einfach nochmal Ach, ne Garantiert nicht so Das ist ja immer so ewig lange Lädt bei einem kleinen Speicherpunkt Das ist echt unglaublich Gut Würde ich mal sagen noch ein letztes Mal Vollgas Tja, das war super Vollgas Ich soll mir das denn mal machen Ne, das haben die echt raffiniert gemacht Das hat's natürlich nicht gebracht Wir kommen einfach nicht da drüber Wir kommen auch nicht hoch Oder? Da kommen wir nach unten Auf der Seite müssen wir immer wieder zurück Das treffe ich noch nicht einmal, das Ah, nein, nein, nein Ah Ah Okay So Spiel speichern Und ab durchs Tor Kamera Kamera Bum Das Logo hat sich aber irgendwie verändert Hab ich das Gefühl Also So war das nicht Feuer Nee, das hatte jemand Wer noch weitere 60 Dollar verdienen will Sagt bitte Bescheid Dann stoppen wir euch 120 Dollar in die Plastiktüte Dafür müsst ihr uns nur erlauben Ein paar technische Gimmicks in euch einzupflanzen Wir setzen euch am Ende auch wieder zusammen Wie neu Hier natürlich wieder die beiden Schleimsorten Die wir natürlich noch brauchen werden Hab ich das Gefühl Da müssen wir hin Wir kommen wahrscheinlich von da hinten Irgendwo Brauchen wir denn dann Hüpfschleim oder Speedschleim Naja Einfach erstmal beides probieren Hüpfschleim werden wir auf jeden Fall auch brauchen Probieren wir es erstmal mit Speedschleim Wir müssen nämlich irgendwo reingeheizt kommen Bringt's Oh, das fällt ja hier durch Was soll denn der Kack Das ist natürlich auch da sind Würfel Scheiße, weil wir Würfel brauchen Vielleicht werden wir da Speedschleim brauchen Oder eher Hüpfschleim So, da gehe ich jetzt auch gleich mal hin New Oh Hier brauchen wir noch mehr Hüpfschleim Ach, Speedschleim Noch mehr Dahin Speedschleim Überhin Speedschleim So Jetzt machen wir hier und da Und New Bam Bam Ich hab's gepeilt und dann muss da ein Portal hin Okay Okay, hab's gecheckt Okay 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 It's okay We need here a Portal And then We need bear and bear one And 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 Bear one Bear Bear Und mano Oh It's not good No good It's Not good It's Not Good shameless